aufgepasst hallo einen schönen guten tag hier in meinem youtube channel ich möchte euch eine kleine vorab informationen geben zu unserem vierten zertifikatslehrgang online marketing manager also save the date wir starten am 22 september 2017 wieder an der privatuniversität schloss seeburg und wieder mit den altbekannten dozenten und weil mein lieber freund karl graz immer so extrem ausgebucht ist möchte ich gleich hier vorankündigen wann karl seinen seminartage hat bei uns es wird der sechste und siebte oktober 2017 da wird karl zwei tage lang an der privat universität schloss seeburg sein und hoffentlich auch mit dir für diejenigen die noch nicht wissen was wir da hier eigentlich treiben denen möchte ich jetzt eine ganz ganz kurze kurzzusammenfassung geben von unserem zertifikatslehrgang der lehrgang diplom marketing manager ist ein kleines mini kurz studium an der uni ihr bekommt zehn volle semitartage in einer gesamtdauer von sechs monaten also der kurs ist zehn präsenztage an denen ihr an die privatuniversität schloss seeburg in seekirchen am ballersee kommt wunderschön gelegen und die dauer des kurses ist sechs monate weil wir dazwischen immer nach lernphasen online learning blended phasen haben das ganze inklusive der zehn präsenzen immer noch für 2950 euro ich denke das ist nach wie vor ein sehr sehr fairer preis die themen mit denen wir uns beschäftigen ist natürlich marketing ist psychologie ist natürlich online marketing entwicklung von online marketing strategien es ist nach wie vor der ganze bereich der seo wir haben sea wir haben google adwords wir haben display und wir haben natürlich auch social community kanäle wir haben facebook wir haben ein extra workshop übers texten und wir entwickeln gemeinsam online marketing strategien und es gibt natürlich weil die studienform wie ich euch erzählt habe ein anerkannter zertifikatslehrgang ist deswegen läuft er ja auch an der universität ist er zertifiziert mit sogenannten ects punkten 30 ects punkten die 30 ects punkte sind praktisch ein leistungsnachweis ein qualität ein qualitätsmerkmal für personaler oder für firmen die euch auf diesen lehrgang schicken es ist die währung an hochschulen und die währung an universitäten was studenten in einem semester zb in einem bestimmten kurs ableisten und wenn du an einer universität oder an einer hochschule bist dann bekommst du für einen kurs in diesem semester meistens sechs ects sechs credit points und damit ist eben ein nachweis gewährleistet was du an workload hast und der kurs den wir dir anbieten liefert dir 30 ects punkte ist also eine menge holz und deswegen auch ein anerkannter zertifikats lehrgang natürlich müssen wir dann auch prüfungen machen das heißt wir werden fünf mal sechs credit points prüfen das heißt wir haben es bis jetzt immer so gemacht dass wir drei klausuren schreiben und zwei studien arbeiten zu ausgewählten themen die natürlich mit deiner firma oder mit eurem unternehmen sehr stark zu tun haben damit ihr praktisch nichts theoretisches arbeiten müsst sondern sehr sehr praxisorientiert fragestellungen die euch sowieso in eurem unternehmen interessieren dozenten ihr werdet fragen ja wer sind jetzt die dozenten einen habe ich schon genannt und der gibt hier gewaltig den ton an das ist mein freund karl gratz dazu kommt immer noch markus tandler viele von euch kennen ihn natürlich wir haben philipp rot der unsere facebook und social media geschichten und vorlesungen durchführen wird wir haben für adwords und google thomas sommeräcker und wir haben für den bereich text haben wir die christiane sohn und die marina fischer und so sind wir nach wie vor ein schlagkräftiges team natürlich ich als studienleiter aber die hauptlast tragen natürlich die dozenten die ich euch vorher genannt habe für wen ist dieser kurs dieser diplom lehrgang geeignet er ist eigentlich geeignet und ausgewählt für seos für führungskräfte für vertriebsmanager für marketingleiter für kommunikationsleiter aber eben auch für mitarbeiter und mitarbeiterinnen aus marketing pr vertrieb aus dem bereich online marketing aus werbeagenturen und aus social media bereichen die verantwortung tragen und deswegen einen überblick brauchen was im online marketing momentan up to date ist und was man wissen sollte der kurs wann startet er ich habe es euch schon gesagt wir starten am 22 september 2017 und hier schon mal die termine für karl und die anderen termine werden noch in der nächsten woche bekannt gegeben weil wir gerade den neuen kurs organisieren wo findet der statt die präsenzphasen werden auch jetzt beim vierten zertifikatslehrgang der im herbst eben startet an der privatuniversität schloss seeburg am wallersee in sie kirchen gleich hinter salzburg stattfinden ein tolles ambiente dieses mal eben voll in den herbst hinein das heißt wir sind direkt am see es ist wirklich traumhaft und ihr werdet sicher sicher viel spaß haben anmelden könnt ihr euch direkt bei mir ich lasse die adresse hier auch auf meinem youtube channel und den link auf das institut ihr könnt euch aber auch direkt an der privatuniversität schloss seeburg anmelden oder ihr könnt euch wenn ihr lust habt den platz reservieren bei mir direkt meine e mail ist auch hier unten ihr könnt mich aber auch gerne anrufen meine handy nummer ist 0171 358 21 59 und ich bin karl peter fischer euer studienleiter der euch dann auch durch diesen kurs führen wird wenn ihr heute oder morgen auf die webseite geht von dem institut da werdet ihr noch die alte form finden ich werde aber weil ich gerade in der absprache mit der uni bin die anderen termine bekannt geben ihr findet es dann dort und könnt euch auch direkt auf dem institut anmelden aber diese beiden termine sind hundertprozentig fest der 22 september das ist immer ein freitag und samstag sind die präsenzphasen startet ihr mit mir als studienleiter und am fünften tschuldigung am sechsten und siebten oktober sechster und siebter oktober hat dann den zweiten das zweite weekend karl und ja ich hoffe diese vor info war für euch ausreichend bei fragen meldet euch einfach wenn ihr vor reservieren wollt könnt das wie gesagt direkt bei mir machen ansonsten wird auf dem institut und auf der schloss seeburg auf der uni seite der kurs in circa einer woche offen sein damit ihr euch dort auch online direkt anmelden könnt also ich bedanke mich recht herzlich dass ihr mir vielleicht zugehört habt und es würde mich freuen als euer studienleiter euch dann im herbst begrüßen zu dürfen unsere gemeinde wächst wir werden immer mehr der vierte lehrgang in jedem lehrgang circa 15 bis 20 leute das heißt wir sind jetzt schon eine coole lustige community und all diejenigen die vielleicht jemanden kennen der schon in den ersten drei runden dabei war es ist neben dem was wir lernen echt eine mords gaudi ein mords spaß es ist alles eine große freundschaft und es macht mir als studienleiter wirklich sehr 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 viel spaß und ich bin stolz eben in diesem team als studienleiter fungieren zu dürfen ja und das war es ich hoffe nicht zu viel gelabert zu haben und ich freue mich und ja wie es demnächst und ich hoffe ich sehe euch auf schloss seeburg bis demnächst und save the date nicht vergessen ciao